Kunilingus. Beim Kunilingus werden die äußeren Geschlechtsorgane der Frau mit Mund und Zunge verwöhnt. Bei nicht rasierten Frauen dient der Kunilingus auch der Zahnhygiene. Ist wirklich wahr? Da Schamhaare dieselbe Wirkung wie Zahnseide entdecken. Kunilingus wird in der christlich geprägten Welt nur am letzten Tag der Woche durchgeführt, denn freitags ist Fischtag. C Keine rüder Scherz, ich weiß. Deswegen ja jetzt auch die Frauen, das ist aber C. Frauen C wie Christen beim Sex. Christliche Männer sind beim Sex eher selten anzutreffen. Und wenn, dann nur im Puff. Ja, sind Warnwesen, ne? Und wenn, dann nur im Puff. Ich sehe auch Eben wie Muslime oder Baby wie Gottes Frömmlern. Aber ich sehe der Liebe für Männer, Buchstaben.